Das Ding hier nennt sich Canyon Cave. Hier ist Sackgasse und oben ist quasi noch zu. Da sieht man noch zwei Löcher da schon was runtergebröselt und der Rest der Baumel da oben noch. Da habe ich hier mal ein bisschen aus dem Staub. Es kann sich immer was lösen. Da habe ich mich keinen Bock drauf. Hier kann man es ein bisschen besser sehen. Ich weiß, wenn das noch auf die Birne fällt. Hier wird wahrscheinlich nicht alle Nasen lang was runterfallen, aber man weiß ja nie. Ist ein bisschen eng, hätte ich fast gesagt. Eigentlich nicht. Hier vorne wird es ein bisschen eng. Hier muss man sich so ein bisschen durchquetschen. Aber ansonsten ist es ganz geckig. Wo geht es denn hier hin? Ne, da krieg ich nicht rein. Sieht man das? Das muss ich nicht haben. Das ist dann nachher sowieso zu Ende irgendwann. Aber auch sehr geil. Ziemlich cool die Geschichte. Ich bin fast zu breit an einigen Stellen. Hier war auch noch ein anderer Zugang. Hier liegen die Burschen auch über den Weg. Stacheldigen was Viechel. Hier geht das. Hier geht das, sehen wir das hier. Hier ist wieder ein bisschen Wind. Hier geht das nämlich auch rein. Da steht mein Auto. Da muss ich mir den Weg erstmal freiräumen hier. Viecher hier. Komm, ich leuchte mich. Hier hat man schön gelegt vor der Tür. So, der Eingang ist offen. Aha, das ist heute ein scheiß windiger Tag und ist auch ziemlich frisch. Hier kann man jetzt reinkriechen oder hier weitergehen. Hier kann man auch ein. Äh, versuche ich es mal hier. Naja, oder? Oh, das geht doch ganz schön. Ganz schön weiter. Das Video nicht filmen. Das wird Kletterei. Ich nehme mal den breiten Gang hier. Der noch breiten, der jetzt immer enger wird. Eieieiei. Ja, ich würde es mal aufzufilmen. Ich würde schon mal gleich durch ohne Kamera. Ja, das wird sonst so friedlich. Muss ich auch wieder Rucksack vor der Tür lassen. Aber, cool, ne? Da bin ich nicht schlecht. Da hinten wird es ein bisschen, da kann man es erkennen. Ne, ein bisschen blau. Guck jetzt hier längs. Ist ja witzig. Ja, hier.